Erstmal schön alle platt machen. Wow! Yo Leute und herzlich willkommen zu X-Let's Play GTA 5. Wir haben ja gerade hier die Mission gestartet. Kommst du? Komm! Erstmal schön alle platt machen. Wow! Wollt ihr? Hey, wo ballert mich denn noch ab? Das ist ja nicht mehr normal. Tötet den. Ich klau schnell den Wohnwagen. Wow! Komm, gib Gas! Wollt ihr die Wagen ab? BAM! Wollt ihr die Wagen ab? Die ist eigentlich so schwer. Scheiße, jetzt hab ich die noch auch schwer gemacht. Eieieiei. Ah, das bekommen wir hin, Alter. Ups. Ich hab hier die Mission schon mal vor... Alter, äh... Ein Jahr... ...gezockt. Oh! Ich war falsch. Ich glaube, ich darf beim Fahren nicht schießen, Alter. Oh, da sind wir ja schon. Reifen getroffen. Boah! Komm schon! Huh! Geschafft, Alter! Wie geil ist das denn? So schnell, Alter, das war einfach. Drei Minuten lang. Und ich hab schwer gemacht. Und? Ah, 7600, Alter. Und Level 70! Äh... Oh, war gut. War gut. Gesundheit, okay. Auch fortfahren. Wie wär's hiermit? Sehr schön. Dann warst du auch einverstanden. Missionen finde ich immer recht gut. Weil ich liebe eigentlich Missionen, weil... ...die sind meistens einfach und bekommt man gut Geld. Letztens hatte ich so eine Mission, ne? Die ging so 10 Minuten lang und die war schwer. Zwei... Ne, 30.000 Euro habe ich bekommen, ey. Das war echt geil. Oh, man, Musik aus. Ich spür nicht, dass das Video gesperrt wird. Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder? So, Radio aus, meine Güte. Jetzt dürft ihr das aber nicht sperren, bitte nicht. So. Bestätigung. Oh, passen ja noch zwei Spiele rein. Aha! Ist immer cool. Passt ja genau. auch konnte ich jetzt gar nicht auswählen mit der Schwierigkeitsgrad oder was ey jetzt der Heli aus Transporter Schausch ah geil ich liebe Transporter Smallstadt irgendwo hinbringen oder was bitte ist es jetzt nicht dass ich ein Heli hab und der ein Jet schon denke ich was mit Heli oder so aber was ach ne das hier wir geb dich auf das Dach wo soll ich bitte hier hoch ach ne wo soll ich hier hoch alter da wo soll ich hier hin der trau wie ich gerade nicht sch 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 begib dich auf das Dach wir müssen jetzt keiner mehr sein oder scheiße ich muss da hoch können ich den eliminieren ich glaube schon sei leise Alter nein nein Alter ach kacke oh gut man kann hier hoch scheiße tötet die doch endlich ich bin auch da mach mit mir du bist in einem unautoritäter nicht man beschützt mich doch mal Das ist doch voll die schwere Mission, Alter. Klappe. Hatschus. Hä? Geh doch hoch. Hallo? Hä? Boah, das war knapp. Nein. Boah, WTF weiter. Du schützt mich doch. Töt ihn doch. Kacke. Kacke. Alter, tötest du den jetzt mal? Hatschus. Ich hab noch ne Rauchgranate. Hm. Erstickt mal schön. Oder schlitter dich einfach. Kann ich hier runterspringen? Jo. Oh, voll mit dem Gesicht da hin, Alter. Inventars. Next. Perfekt. Wuh. Klappe. Hatschus. Er müsste aber noch einer sein. Ja. Oder hast du grad geschossen, Alter? Ich bin Spider-Man. Geh doch hoch, Alter. 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 Scheint so, da ist keiner mehr, ne? Sehr schön. Wo bist du? Da oben. Boah, Junge. Kannst ja vielleicht den Heliabballern. Ja, Leute, und das war mal ne Folge wieder von GTA Online. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. missed. Ich bin Spider-Man. Junge. Ich bin Spider-Man. Ich bin candy lover. Leaders Training. mudenf AG-